ok ich gehe auch gleich rein lassen mit dem dings da mit dem 6 ging es aber mit dem 3 gegen 3 und sowas keine ahnung wenn ihr wollt können wir gerne 3 gegen 3 machen ist kein problem aha das fängt ja schon mal ganz gut an bei bronco gar keine monster jetzt im extra deck aber pendelt später wenn sich auf jeden fall noch warte mal wo seid ihr noch alle drei leute wollen wir dann 3 gegen 3 machen wer ist noch alles dabei oder spaß haben scheiß auf den geschlecht einfach nur ein bisschen spaß haben so jetzt muss ich erstmal mal dings in meine lektion erteilen ja gegen diese metadex hat mein keine chance ach so lange wir unter uns spielen ist wahrscheinlich egal bei record kann sich aufregen aber wir das ist ja alles nur spaß was wir machen du bist ein neuer bro scheiße egal was willst du jetzt machen das ist ja alles ja Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was hast du noch auf der Hand, Digga? Irgendwas. Irgendwie so Impel, irgend sowas. Dein Drecks, äh Schmutz, Deck. Ja gut, dann... Dann hab ich ja schon eine halbe Seite, Dings, ne? Wenn du schon so ankommst, Digga, dann hab ich wahrscheinlich schon gewonnen. Ihr lasst mich doch auch, Digga. Ich will mal auch mal gegen dich gewinnen. Mmh, mmh. Boah, mehr geht nicht, Digga. Äh, so. Nicht, dass du auch dumme Gedanken kommst, weißt du? Hm. Mmh, 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 mmh. Yeah. Mmh, 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 mmh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. There they go. Hmm. 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 Hmmmm warte mal ich glaube jetzt habe ich kacke gebaut alter ich glaube jetzt habe ich kacke gebaut oder gott jetzt habe ich richtig kacke wort alter scheiße mein scheißen dreck okay Mist garder mhm 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 kill a skill und dann misplayen die viele, ja. Oh. Wie kann man denn wieder so zurückkommen? Ich verstehe das nicht, Alter. Ich hatte ihn doch, Alter. Ich hatte ihn. Schocken. Ich gucke. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Das werde ich gleich machen nach dem Duell. Meine Fresse, Alter. Boah. Wurte 1. Okay, effektiv blockiert. Nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht. Mann, 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 Mann. Das war's. Boah, Digga. Unglaublich, Alter, wie er es geschafft hat, wieder zurückzukommen, ne? Oh, süß. GG, Digga. Du stunzt und fragst irgendwo Tier 1. Ich weiß schon, wie er das meint. Assessant, ich weiß schon, wie er das meint. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.